Darf ich noch was zur Schulreform fragen? Sie haben noch eine Sitzung vor sich. Mit welcher Stimmung gehen Sie in die Sitzung? Ich bin sehr gespannt auf heute Nachmittag. Fragen zur Schulreform sind vor allem bei Christa Goetsch im Moment nicht sehr beliebt. Ihr Projekt steht auf der Kippe. Die Fronten zwischen Reformgegnern und Senat sind verhärtet. Eltern und Schüler haben langsam die Nase voll vom Geschacher um ihre Zukunft. Meine Stimmung ist so, dass ich sage, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich will nicht das mit mir und meinen Kindern machen lassen, weil es einfach zu viel ist und weil einfach mit Menschen etwas angestellt wird, was nicht in Ordnung ist. Wir sind keine Computer, die man umprogrammieren kann. Es ärgert mich ein bisschen, dass es nicht vorher, also dass es so weit kommen musste, dass es diese Fronten gibt, dass man nicht vorher es geschafft hat, auch von Seiten des Senats, der Senatorin, auf diese Proteste ein bisschen einzugehen. Es macht mich sehr wütend, weil ich auch weiß, dass sie einfach nur irgendetwas ändern wollen und dass es ihnen nicht darum geht, dass die Schulreform wirklich besser wird. Dass es endlich besser wird, hofft schlicht der Michael Otto schon seit Wochen. Und auch heute glaubt der Unternehmer anscheinend noch daran, dass die Verhandlungspartner irgendwann zur Vernunft kommen. Im Augenblick sind beide Positionen noch rechtfertig auseinander. Ich bin dennoch der Meinung, dass ein Kompromiss gefunden werden kann und hoffe auch, dass da auch der Wille vorhanden ist, den Kompromiss zu finden, denn das wäre gut für Hamburg, das wäre gut für einen Schulfrieden. Die Volksinitiative Wir wollen lernen kommt jetzt allerdings mit einem Vorschlag um die Ecke, den der Senat eigentlich nur als Provokation verstehen kann. Die vierjährige Grundschule und die sechsjährige Primarschule sollen nebeneinander existieren. Wir bieten an, in einer ersten Stufe nach einer Befragung der Eltern in allen Grundschulen 25 Primarschulen in Hamburg einzurichten, wenn genug Eltern sich dafür entscheiden. Und dann in einer zweiten Stufe nächstes Jahr noch einmal die Eltern zu befragen, in den weiteren Schulen und bis zu weitere 25 Primarschulen dann einzuführen. Und dann soll geguckt werden, welches Schulformat erfolgreicher ist. Eine Idee, die einen Kompromiss nicht gerade wahrscheinlicher macht. Wir haben da ganz klare Vorstellungen, die auch unser Koalitionsvertrag ausdrückt. Und ich glaube, mit den Dingen, die wir jetzt gemacht haben im Bereich Entschleunigung, das heißt eben stufeweise Einführung und Vereinigung des Elternwahlrechts, sind wir sehr weit gegangen. Wenn die Verhandlungen ohne Ergebnis bleiben, gibt es im Sommer einen Volksentscheid. Dann wäre nicht nur die Schulreform, sondern auch die schwarz-grüne Koalition in ernster Gefahr.